Ihr habt Bock auf viele FIFA-Münzen? Checkt den obersten Link in der Videobeschreibung. Es geht schnell, es ist sicher und auch billig. Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zum allerersten Spiel vom Lions Cup. Ich bin zusammen in der Gruppe mit dem Lions, mit dem Veranstalter des Turniers und noch mit dem Rusak, gegen den ich jetzt gleich das allererste Game haben werde. Gegen ihn könnte ich noch eine Chance haben. Er ist ja auch ein COD-YouTuber, ich eigentlich auch. Klar mache ich FIFA-Videos, aber ich bin natürlich nicht so ein FIFA-Suchti wie die anderen im Turnier. Und ja Leute, ich bin ja eigentlich nicht so als Biest in FIFA bekannt, aber ich bin wirklich der größte Triadl in allen Sachen. Sei es im Real Life, in Call of Duty und natürlich auch in FIFA. Also ich werde jetzt gleich sowas von mein Arsch voll schwitzen. Und ja, deshalb habe ich mir auch ein richtig gutes Team besorgt. Das seht ihr nämlich jetzt im Hintergrund. FC-Kreditkarte. Ich habe sofort Monte angerufen und ihn gefragt, Digga, leih mir mal bitte dein Kreditkartenteam aus. Und er meinte, kein Problem hier mit Suarez, Man of the Match, Ronaldo in Form, Neymar in Form, Legend-Spieler, Messi in Form. Auf jeden Fall richtig nice. Und auch noch sehr gute Auswechselspieler auf der Bank hier, Robben, Team of the Year. Auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Ich habe mir nämlich ein paar andere Spiele reingezogen von den FIFA-YouTubern. Und die hatten da einfach Full-Legend-Squads und ich dachte mir so, Anton, was machst du da mit deinem 50k-Team, Alter? Und dann habe ich eben Monte gefragt und ja, danke auf jeden Fall nochmal an dich. Also Leute, Russack hat nicht so ein gutes Team, das seht ihr gleich, ein komplett russisches Team. Ich könnte eine Chance haben und ja, aber mit dem Team hat man natürlich auch manchmal kein Momentum, aber was soll's. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim ersten Spiel. 20, 19, 18, let's go! So, jetzt sehen wir Russack, sein Team Russian Beast. Oh, okay, drei Inform-Spieler und eine silberne Abwehrkette. Ich bin echt todesaufgeregt, mein Herz pocht, ich möchte unbedingt was reißen. Also Leute, vamos, visca Barca! Das Allerwichtigste ist, dass ich jetzt das erste Spiel auf gar keinen Fall verliere, aber sonst wird's richtig kritisch. Russack hat übrigens einmal gewonnen bis jetzt und einmal verloren gegen den Lions, weil man spielt natürlich immer hin- und rückspielt. Das Hinspiel bei mir und das Rückspiel auf Russack, seinem Kanal. Oh, 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 also auch auschecken, Link in der Videobeschreibung. Geh, Junge, geh! Und? Oh, kommt er da zum Kopfball, ist es safe, das 1 zu 0, Mann? Zieh, 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 zieh! Ronaldo! Ronaldo! Erstmal außen auf Neymar, der macht die Flanke. Komm! Oh, scheiße, Mann! Oh, shit. Was? Ich weiß gar nicht, wie das ein Foul sein konnte. Bitte nicht! Latte! Joki, Bauki! Oh, Roberto Carlos! Weg, weg! Herz ist fast stehen geblieben. Okay, Russack macht echt schon gut Druck. Also, wie gesagt, man darf hier sein Team nicht unterschätzen! Oh, Mann! Fandasar! Fast ein Eigentor! Oh, mein Gott! Glückton am Start! Holy Crap! Das müssen wir jetzt bestrafen. Das müssen wir bestrafen. Neymar geht! Neymar! Nein! Was war das für eine Annahme? Ich fasse es nicht, was ich für ein Glück hatte. Kommt, Leute! Jetzt weiter konzentrieren! Kommt vielleicht noch ein Angriff? Jawohl! Neymar hat Platz! Neymar hat Platz! Jawohl! Hier, Rabona! Spin! Flanke! Oh, Eckball! Komm, Mann! Eckball! Einfach irgendein räudiges Tor jetzt noch! Neymar! Nein! Oh, oh! Pfeif ab, Schießrichter! Pfeif ab! Ah, er ist da ganz alleine. Oh, mein Gott! Sehr guter Pass! Er vergibt! Er vergibt! Ach, nichts geklärt. Ah, Fehlpass. Aber jetzt pfeift er ab, der Schiri, oder? Ja. Eui, 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 Leute! Ich kann mich echt glücklich schätzen mit dem 0 zu 0 hier. Boah! Anfangs Nervosität muss ich jetzt irgendwie ablegen. Null Schiss aufs Tor. Nur ein paar Versuch. So, ganz ruhig aufbauen. Ganz gechillt. Komm, Neymar. Jawohl, schön. Effenberg, setz dich durch, Junge! Schhh! Er blockt ab, Mann! So, wo ist Messi? Komm, Junge, du musst es richten für mich. Mein Lieblingsspieler. Messi! Messi! Nein! Ich wollte einfach nur draufhauen. Egal, weiter. 75. Minute schon. Es ist so spannend, ne? Sehr schöner Doppelpass. Jawohl. Effenberg. Haut da drauf! Abschaubar! Was? Jetzt hätte ich auch schon das 1 zu 0 machen können. Ist echt total ausgeglichen mittlerweile. Eine Minute Nachspielzeit nur. Nein. Okay, das war's. 0 zu 0 geht das erste Spiel aus. Insgesamt hatte es der Roussac ein bisschen mehr verdient. Auf jeden Fall, muss ich schon zugeben. Aber Leute, wir nehmen jetzt direkt das Rückspiel auf. Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ich das gewinne. Checkt das aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung oben. Und bewerten, kommt hier nicht vergessen. Haut da rein. Wünscht mir weiterhin Glück. Und wir sehen uns dann gegen den Lions wieder. kommt hier wieder. se